Arzic Denkst du, vor ihm ist niemand Da müsste Arzic mitgehen Voll provoziert, aber geschickt provoziert Und er provoziert damit auch eine gelbe Karte für Sieg die meiner Ansicht nach ebenso ungerechtfertigt ist wie der Ausschluss von Hartz Aber bitte machen Sie es auch daheim, hier bin Geld für Sieg Wo wir gesehen, die ganze Routine und wie soll man sagen, das Aufgefuchte